So, Basel Flughafen hat es jetzt 3 Grad, wir haben uns einen warmen Kaffee geholt, der Malte ist gut gelandet und wir fahren jetzt los nach Italien, da hat es nämlich 20 Grad und wir haben Badehosen dabei. Hey, mein Name ist Malte von Foodguard und ich bin Lex Office Startup des Monats, wir sind heute hier auf der Galeone Neptun in Genua. Mit Foodguard haben wir ein soziales Netzwerk für Essen geschaffen, für alle Essensliebhaber unter euch, die können sich das praktisch vorstellen wie Tinder, nur eben für Essen. Es geht nicht um Männern oder Weiblern, die nach links oder rechts swipen, sondern um tolle Gerichte, die andere Nutzer in der Community hochgeladen haben. In 3 Stunden geht es hier los mit der Royal Jungle Startup Yacht, wir sind schon super gespannt und ich persönlich auch schon aufgeregt für meinen Pitch. Wir haben die komplette Yacht für uns, wir haben 99 ausgewählte Startups eingeladen, wir haben einen Haufen Top Speaker und werden richtig Party machen heute Abend auf diesem Boot. Wie habt ihr euch heute Abend gemacht? Yo, Matthew Markridge, wir sind hier auf der Royal Jungle Startup Yacht. Das ist echt total geil eigentlich. Ich bin auf relativ vielen Konferenzen unterwegs, relativ viele dieser Events irgendwie von innen nach außen und wir sind hier auf einem fucking Piratenschiff irgendwie. Das ist auch der einzige Grund, warum ich mitbekommen bin. Hey guys, my name is Malte, I'm the CEO and Co-Founder of Foodguide. Foodguide is a social network for food. You can find great dishes with us. So, die Veranstaltung ist fast vorbei, der letzte Speaker hat gerade gesprochen, super spannend über Growth Hacking. Und ich habe jetzt gerade Alessio von Yodel getroffen. Sag uns aber ganz kurz in zwei Sätzen, was Yodel macht. Yodel ist ein location based social network für Studenten. Man kann sehen, was die Leute in seiner Umgebung gerade jodeln. Praktisch wie Foodguide, nur ohne Essen. Hallo, ich bin der Martin von Baristina. Wir benutzen LexOffice für unsere Buchung. Das Ding ist ein geiles Teil. Vielen Dank an LexOffice für den geilen Roadtrip nach Genua und nicht nur das tolle Event gestern Abend, sondern auch das Limplo Buchhaltungstool seit unserer Gründung. Ich bin der andere Seite. Ich bin der andere Seite. Ich bin der andere Seite. Vielen Dank.